Wir springen heute mit den heftigsten Autos über die komplette Karte in GTA 5. Mit dabei ist Armi. Was geht? Oh Armi, was machst du denn da mit deinem Jump, Junge? Du drehst doch komplett vorbei. Und zwar, wir werden heute mit verschiedenen Autos probieren, über die komplette GTA 5 Karte zu springen. Und dafür werden wir jetzt beginnen, Armi. Und das erste, was wir spawnen, ist ein Random Vehicle. Also ein zufälliges Auto. Ich würde sagen, let's go. Bro, was ist das denn? Ähm, wir haben beide jetzt nicht so die tollsten Sachen, aber ich denke mal, wir können es schaffen, über die Stadt zu springen, bin ich ehrlich. Nee, also mit dem Auto auf jeden Fall nicht. Okay, also wir haben jetzt zwei ganz normale GTA 5 Autos. Ihr seht, wir haben hier im Hintergrund richtig viele OP-Autos. Und ich würde sagen, Armi, drei, zwei, eins, los! Okay, mein Auto ist schnell. Ey! Ja, geht. Bro, ich muss normal, ich muss normal eigentlich. Weil, du hast mich gerammt. Hä? Wäsch? Ja, du hast mich gerammt, Junge. Hab ich gar nicht gerammt. Junge, fahr hier in die Kanalisation rein. Wo bist du? Äh, hinter einem ersten Mini-Krankenhaus. Aber auch nicht, ich bin nicht weit gejumpt. Warte mal, warte mal. Du bist aber auf jeden Fall weiter wie ich, Bro. Du bist auf jeden Fall weiter wie ich. Aber, ich sag dir ehrlich, ich gönne dir den ersten Sieg. Ich gönne dir den ersten Sieg. Und dann werden wir gucken, welches Auto du dir als erstes aussuchst. Nämlich, Leute, Armi ist eh schlecht mit meinem Autofahren. Das juckt eh nicht. So, wähl dir mal das erste Fahrzeug aus. Ich hol das hier. Oh mein Gott. Damit hast du aber die Rechnung nicht mit diesem krassen OP-Auto hier gemacht. Junge, was ist das denn hier überhaupt für ein Ding? Wie machen wir das eigentlich? Wollen wir zusammen fahren, nacheinander? Ja, wir können nacheinander fahren. Ich fahr zuerst. Let's go! Oh mein Gott, 1150. Boah, okay, das ist nicht schlecht. Boah, aber... Ja, aber es ist Elektro. Es ist Elektro. Elektro, die machen wir nicht schwächen. Ich sag, das war ein Jump. Der ist okay. Der ist okay. Also, ich komm bis zur Autobahn. Ist okay. Ist wirklich ein okay Jump. Ich guck dir dazu. Also, der Jump ist wirklich okay. Oh, schade. Ist jetzt nicht so krass, das, was ich mir erwartet hab. Sag ich ehrlich. Okay. Jetzt bin ich gespannt, wie weit du springst. Okay, Freunde. Haltet euch fest. Schnallt euch an. Jetzt heißt es Voll Power. Oh, 1150. 1150 auch. Ja, ich hatte auch 1150. Und? Bist du weiter als die Autobahn, Armi? Oh mein Gott. Wo bist du? Du bist hinter mir. Nein! Nein! Oh mein Gott, hier vorne bist du. Und ich bin hier gelandet. Ha, ha. Okay, das war echt knapp, Digga. GG. Deswegen, Leute, habe ich gesagt, Armi kann ruhig anfangen. Erster Punkt an mich. Okay, und als nächstes Auto wähle ich diesen Mercedes Vision aus, Leute. Sind wir nicht bei Random Vehicle Battle dran? Äh, ach so. Oh, Leute. Wir machen erstmal ein Random Vehicle. Stimmt. Oh nein. Ich hab's ganz vergessen. Okay, jeder Spot ein Random Vehicle. Oh, oh. Bro, ich hab den Mazda. Aber Supersport. Gran Turismo. Dann halt dich fest dabei. Jetzt fahr ich, okay? Ich hab jetzt, fang jetzt an. Okay. Okay, let's go, Leute. Pass auf. Ich komm direkt hinter dir. Ich komm direkt hinter dir. Ich hab Bock, ich hab Bock. Ich hab Bock. Oh, mein Gott. Ich hab... Oh, mein Gott. Tschüss, Armi. Tschüss. Armi. Boah, wie kannst du dein Fahrzeug denn? Auf Wiedersehen. Junge, ich fliege hier richtig weit. Leute, wir machen jetzt einen dicken Crash hier unten rein. Wow. Boom, crashen wir rein. Au. Oh, nee. Bei mir war leider komplett Katastrophe. Also, easy. So, Armi. Da ich aber weitergeflogen bin wie du, darf ich mir auch das nächste Auto aussuchen. Oh nein. Und es ist natürlich hier mein Super Mercedes. Oh, Lotti dreht da komplett durch, Bro. Aber... Okay. Shit, 2-1 für dich. Lotti, alles ruhig da drüben. Ich fliege zuerst, Armi. Tschüss. Okay, okay, okay. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Okay, der ist krass. Der ist krass. Ich finde ich gar nicht, hast du? 1150. Und... Yo! Boah! Yo! Also, der macht dem Namen Stadtsprung alle Ehre. Oh, mein Gott, der fliegt so weit. Der fliegt so weit. Junge, ich lande. Ja, aber wir sind doch nicht über die Stadt rüber. Wir sind auch nicht mal ansatzweise über die Karte rüber. Okay, Stasi, bist du angeschnallt? Ich bin angeschnallt, aber ich denke, du kommst nicht weiter wie ich. Niemals. Der Punkt geht definitiv an mich. Mein Ferrari fährt falsch. Oh nein, mein Ferrari ist falsch gefahren. Das... Aber der fliegt auch nicht schlecht. Ja, ich habe leider ein Problem. Ich bin am Anfang falsch gefahren. Du fliehst weiter wie ich. Nein. Ja, nee, ich bin ja bis hinten, Leute. Nee. Nee, 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 nee. Alles gut. Ja, ich bin leider falsch gefahren, aber nicht schlimm. Also, ich glaube, das Auto könnte es echt noch ein bisschen weiter schaffen. Also, Punkt für mich. Jetzt, Amir, spawn dir jeder ein Random-Vehikel für unseren Gegner. Also, ich spawn jetzt das Auto für dich. Let's go. Oh mein Gott, Jürgen. Das ist nicht so gut. Was ist das denn für ein Ding, Leute? Guck mal, ich habe dir Gutes gespawnt. Oh, S63 Cabrio, Leute. Let's go. Also, das könnte jetzt übel für dich werden, Amir. Okay, Amir, ich fahre direkt los. Und... Okay, ich bin gespannt, wie schnell wir fahren. Ich bin gespannt. Jürgen. 1.200. Na, vorbei. Ganz direkt hinterher. Ganz direkt hinterher. Ganz direkt hinterher. Meins kannst du da wirklich. Aber viel zu schwer. Obwohl, hm? Naja, also, dafür, dass er so schnell war... Ich muss sagen, der hat sehr schnell an Speed verloren. Meiner ist leider... Der ist zu schwer. Der ist leider ein bisschen zu schwer. Junge, guck mal hier, du bist nicht weit hinter mir, ne? Ja, oha, stimmt. Also, hier, du bist ja hier gelandet. Das war jetzt nicht so weit hinter mir. Aber trotzdem geht der Punkt an mich. So, als nächstes, der... 4.1 steht schon. Ja, Armi, das wird nicht gut für dich ausgehen. Armi, ich sag dir ehrlich, du kannst den Urus nehmen. Weil ich sag dir, der Rolls Royce, umgebaute Kallenin auf Offroad. Dieses Auto ist komplett geisteskrank. Leute, dieses Auto ist wirklich komplett crazy. So, gehen wir jetzt hier beiseite, Armi. Okay. Lass mal ein Beschleunigungsduell machen. So, warte mal. Bist du bereit? 3, 2, 1, los! Oh mein Gott, das war mir klar. Das war mir klar, Bro. Das war mir... Junge, 1.400. Ta! Oh mein Gott, Armi. Oh mein Gott. Guck mal. Tschüss! Boah! Urus ist ja geisteskrank! Was? Äh... Oh mein Gott. Rekord des Tages bisher. Bro, was? Junge, was hast du gemacht? Oh mein Gott, der hört nicht auf zu jumpen! Junge, was hast du gemacht, Armi? Nein, ich bin leider gegen so einen Strommaske gefallen. Keine Ahnung, der ist durchgedreht. Bro, ich wusste gar nicht, dass der Urus so krass ist. Oh yeah, Fred. Ich bin über die Stadt gesprungen. Oh mein Gott, crazy. GG. Okay, der Punkt geht an dich. Aber trotzdem haben wir jetzt erstmal random vehicle. Und wir machen das so, wir spawnen drei Autos und jeder darf sich eins aussuchen. Drei Autos, jeder darf sich eins aussuchen. Oh, der ist nicht schlecht, Leute. Der ist sehr, sehr nice. Ah, okay, warte, ich muss hier denken, ich muss spawnen hier ändern, Leute. Also mein erstes Auto ist schon mal weg. Die, aber ist auch gut, das Auto? Nein, das ist gut. Ja, der ist nicht so gut. Auch nicht so gut. Hä? Was ist das denn? Hm? Hm? Bro, ich kann einfach Anhänger fahren. Ey, Leute, das ist schon gar nicht. Ich hab mein Auto. Ich nehm diesen doppelturboaufgeladenen, äh, ja, äh, Dings-Fan. Bro. Ja, ich glaub, das wird nix. Ich glaub, das wird nix. Ich sag dir ehrlich, ich unterschätze das Auto nicht. Ich glaub, das ist echt gut. Ich weiß, ey. Nein, sieht aber nicht so krass aus. Tschüss. Oh mein Gott. Jure, der ist nicht schlecht. Ja, dann fahr mal. Er ist nicht schlecht. Äh, vergiss es. Okay, dann bin ich jetzt dran, wenn du schon aufgehst. Vergiss es, Bro, vergiss es. Aber einer auch nicht so stark. Oh mein Gott. Standards geht nicht, ey. Standardschwimmer. Ich hab's nicht mal. Ich hab's nicht mal auf Land geschafft. Hä? Ich weiß. Junge, das ist ja... Ich sag dir, das Auto ist nicht gut. Das ist ja wirklich das schlechteste Auto gewesen. GG. Ja, ich bin gelandet. Meins war auch nicht gut, aber viel besser als deins auf jeden Fall. Von daher steht jetzt 4 zu 3, ne? Du darfst dir jetzt das nächste Auto aussuchen, Armin. Welches Auto... Oh. Ja. Okay. Bugatti. Ja, Leute, er weiß. Der Bugatti ist wirklich der... Also der ist wirklich schon gefährlich. Aber ich sag dir, guck dir mal diesen krass aufgetunten Audi an. Also ich glaub, den sollte man auch nicht unterschätzen, weil der ist wirklich komplett aufgetunet. Ich unterschätze ihn. Komm, ich fang an. Ja, fang du an. Easy, fahr los. Okay, 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 okay. Ich bin mal gespannt, wie weit ich fliegen kann. Ah, der war nicht so nah. Oh, oh, oh. Ich vergiss es, vergiss es. Stani, brauchst du ein bisschen Bargeld? Bro, willst du mich veräppeln? Ich komm direkt hinterher. Ich komm direkt... Bist du überhaupt schon gelandet? Ja. Nicht, auch nicht, auch nicht. Vergiss es. Brauchst du ein bisschen Bargeld, Stani? Ich frag dich ja nur, ob du bist in die Bank oder was, bist du geflogen? Ja, fast. Also, ja, Leute, guck mal hier. Ich bin Bankhöhe. Brauchst du Bargeld, Stani? Brauchst du Bargeld, Stani? Brauchst du gar nicht zu überleben. Mein Auto, absolut. Katastrophe, Müll. Armin hat gerade echt die Glückssträhne. Okay, Armin, wir spawnen jetzt vier Autos und wir nehmen das größte Auto. Eins. Oh mein Gott. Eins. Zwei. Oh mein Gott. Drei. Vier. Okay. Bro, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich sag dir ehrlich, guck mal, was ich hier für einen OP-Truck habe. Junge, der ist ja übelst krass. Ja, geht. Der ist auf jeden Fall besser als meiner. Ich würde mal behaupten, du kannst... Also, das Ding hier, nee, der ist, der ist, der ist, glaube ich, krass. Ey, der fährt sich schon krass. Ich sag dir, ich, ich, ich glaube sogar, der schafft es, über die Karte zu jumpen. Ich will jetzt nicht mühlen, aber doch, 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 doch. Nein, da wird sich mit dem 500 Euro mit, dass er nicht über die Karte jumpen wird. Doch, 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 der wird über die Karte jumpen. Und let's go. Ich muss mal gucken, ob der überhaupt über die Begrenzung kommt. Ja, ist er, 1400. Junge, vorbei. Fast bis zur Bank. Ja, bis zur Policerevier ungefähr. Dann schnall ich mich mal ganz kurz an. Und jetzt fahr ich mal los hier. Ja, du wirst dich mal über die erste Link schaffen. Also, ich bin, ja, top, top, top. Aber ey, der fährt tausend immerhin. Jo, der ist echt gut hier. Aber das Problem ist, du hast normales GTA-Otos und diese meist Katastrophe. Diese meist richtig Katastrophe. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß viel gar nicht mit dem weiter. Oh, hier sind andere Autos, die gelandet sind. Ja, zack, Armin, nächster Punkt an mich. Und das heißt, ich kann das nächste Fahrzeug auswählen. Und ich nehme den Audi 6x6. Guckt euch mal diese Karte an, Freunde. Die hat sogar so einen LED-Effekt. Das ist ein komplett illegal getuntes OP-Auto. Oh mein Gott, deiner war aber auch ganz schön krass gewesen. Ah, ja, ja, ein bisschen krass. Also, guck mal, wir haben jetzt hier gerade die 6x6-Power, ne? So, warte mal, ich fahr auch ran. Okay, Armin, ich fahr dann. Bro, ich muss nochmal neu anfangen. Guck mal, ich mach mich extra sogar weg für dich. So, aber jetzt, 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 jetzt. Bro, das ist so ein Müllauto. Warte mal, ich probier's jetzt nochmal. Ey, was hab ich denn hier? Junge, ich sag noch geiler Audi hier, OP. Ja, nice. Dann fahr ich mal los, ne? Das kannst du vergessen, Leute. Das kannst du komplett vergessen. Dann fahr ich mal los. Also, meiner Falle ist echt nicht schnell. Also, das Ding ist ja... Oh, man, das ist sogar gegen Wings gedotzt. Da kann ich mal durchsprengen. Ey, du könntest noch gewinnen. Ich bin nicht weit geflogen. Rede nicht. Rede nicht. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin weiter als du. Junge, das sind ja die größten Gammel-Autos überhaupt gewesen. Ich dachte, die wären richtig heftig. Nein, du darfst nicht unterschätzen. Du bist trotzdem ein bisschen weiter, deswegen geht der Punkt an dich. Let's go! Jetzt spawnen wir drei Autos und das kleinste müssen wir fahren. Eins. Eins. Zwei. Oh nein. Nein, nein, bitte. Bitte nicht, bitte nicht. Also, das kleinste bei mir ist ein Motorrad. Bro, guck mal meins an. Guck mal meins an. Aber Flyglitz, nee, nee, Motorrad ist nicht erlaubt, Bro. Flyglitz ist nicht erlaubt. Ja, Flyglitz ist nicht erlaubt. Ja, Flyglitz ist nicht erlaubt, aber Motorrad zu benutzen darf man. Ja, aber, oh ja, ja, klar, aber mach kein Flyglitz. Ich sag's dir nur. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich bin mir unsicher, ob der Mercedes komplett OP war oder ob der so geht war. Ich weiß es nicht mehr. Bro, ich glaube, also vom Feeling her, der ist OP, aber fahr du erstmal. Und? Nee. Motorrad ist schlecht, Bro. Motorrad ist schlecht, Leute. Jetzt kommen wir. Hau, ich bin gestoppt. Oh mein Gott, der ist krass, der ist krass. 1.500. Ja, ciao, neuer Rekord. Neuer Rekord, glaube ich. Junge. Oh, okay, okay, neuer Rekord. Wir fliegen dann einmal. Also, wenn du jetzt gut landest, wird's neuer Rekord. Wenn du stecken bleibst nicht. Ja, nee, nee, da sind Bäume. Ich bin nicht gut gekommen, Leute. Ich bin nicht gut. Ah, schwierig. Ich glaube nicht. Boah, aber stark ist der Auto. Egal, aber bis zum Weinwunschild, Leute, der Punkt geht locker an mich. Gut, Armin, dann würde ich sagen, ich kann mir das nächste Auto aussuchen und ich wähle das LED-Auto aus. Es sind ja beides LED-Autos. LEDs-Autos sind aber bei Stadtsprung eigentlich nicht so krass. Aber ich bin gespannt, die meins, weil das Problem ist aber bei diesen OP-Autos. Wir haben so heftigen Grip. Ich bin gespannt, wie weit du kommst. Boah, meins fährt nicht gut. Nicht gut? Nee, meiner war echt nicht gut. Okay, Bro, ich geb Fullgas. Ich geb Fullgas. Nee, nee, das schmutzte Auto leider. 1200, ja. Oh, doch, oh, doch. Ja, viel besser. Ja, ja, ich seh dich, ich seh dich. Ja, ja, das war's. Mein Auto leider sehr schlecht. Leider sehr schlecht. Das war's, Armin. Aber ich bin nicht so krass viel weiter, ne? Oh, geht, geht. Also, ist okay, Leute. Ist okay. Dafür, dass ich eigentlich dachte, die sind übelst heftig, ist das eher Bluff. Ich glaub mir, das Auge trügt. Wir senden jetzt fünf Autos, Leute. Und eins aus, und für die Gegner. Also eins für Armin aussuchen. Oh Gott, ich bin doch. Ja. Also, guck mal, ich könnte dir das Paulberger Limoauto geben. Was gibst du mir denn, Armin? Was gibst du mir denn? Ich konnte auch mal, was du mir gibst. Ja, was gibst du mir denn? Weißt du was? Ich geb dir das Motorrad. Was ist das denn für den Müll? Ja, aber dann kriegst du das Polizei, oder sag ich dir ehrlich. Dann kriegst du ja das Polizeiauto, easy. Die Frage, dass ich mich stelle, ob ich mit dem Polizeiauto überhaupt weiterkomme, Roy. Ich sag dir ehrlich. Meinst du mit dem Motorrad? Ja, mit dem Motorrad. Ich fahr vor. Okay. Ich guck dir zu, dass du keinen Flyglitch machst. Nee, nee, ich mach keinen Flyglitch. Aber, das ist so ein unsichtbares. Ja, er zieht nach. Ja, okay. Roy, mach nur Backflip. Nein, ey, das ist unfair. Okay, aber kannst du gerne machen. Mach ruhig, wie du willst. Ich find's schade. Roy, ich mach nur Backflip. Was redest du? Ja, ist nicht schlimm. Ist mir egal, Stanni. Dann mach das. Ich bin down. Also, ich bin bis zum Theater geflogen. Bis zum Theater. Oh, der hat sogar 1.100 geschafft, das Flugzeugauto. Ja gut, wenn du den Punkt geben willst, dann weiß ich ja, wie das passiert. Mal, der Punkt gehört mir. Okay, jetzt kommen wir zu den SUVs, SUVs. Einmal, ich nimm den mit den großen Reifen. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, der ist es. Ich war, oder? Nein, 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 ich, umentschieden, umentschieden, umentschieden. So, ich nimm den. Louis Vuitton, Louis Vuitton, oder ist das? Ja, Louis Vuitton. Bist du dir sicher? Ja, 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 ja. Okay, okay. Ich nimm Louis Vuitton. Ich glaube, der mit den großen Reifen, der, der, der wird nicht gut für Beschleunigung sein. Sag ich dir ehrlich. Habe ich als erstes? Ja, ja, fahr direkt, fahr direkt. Okay, ich werde das erstes fahren. Amir fährt. Denkst du, dass der besser ist, oder was? Oh mein Gott, guck. Guckt euch mal, wie mein... Wie weit fliegst du, Amir? Oh, weit, 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 weit. Über die Map? Ja, klar, hä? Also springst du dich über die Stadt? Über die Stadt, okay. Wie weit fliegst du? Was? Was? Wippa! Was? Ihr guckt doch mal auf die Karte. Ja, Bro, ich seh... Du hast noch eingezeichnet. Ja, Bro, ich komme jetzt hinterher. Oh mein Gott, warte mal. Als ob du weiter bist, wie ich? Weiß ich nicht. Also ich bin bis hinterm PD. Boah, so weit? Ich habe dich bis zum PD geschafft. Also ich bin schon ein Stück davor. Aber ich meine, ist die... Ich meine, Sandyshows PD, ne? Was? Guckt, aber drück mal die Karte, du siehst mich doch. Guck mal über den großen See, wo die Wilds sind. Bro, was? Nein! Ey! Das ist Karma, weil du eben gecheatet hast. Ah, Bro, GG. Punkt geht an dich. Okay, Amir, ich würde sagen, jeder spawnt ein random Vehicle. Let's go. Äh, ja, okay, das zählt jetzt nicht, Leute. Das ist das Flugmotorrad. Äh, ja, ich nehme die S-Klasse. Nehme ich doch gerne, Bro. Die S-Klasse. Was hast du für ein Auto? Ich habe eine G-Klasse. Oh, S-Klasse gegen G-Klasse, Leute. Äh, da bin ich jetzt mal gespannt. Dann, äh, Amir, ich habe aber hier so eine Einsatz-S-Klasse. Tschüss. Okay. Oh, der kommt gut, Bro, der kommt gut, der kommt gut. Der kommt gut. Ja, also, äh. Bring mal Autobahn. Bro, guck mal, das ist ein Polizeiauto und dreimal dust so raten, wie weit ich fliege. Autobahn. Ja, Autobahn. Weißt du das, hä? Ich kann das abschätzen. Aber du, nicht, dass du wieder so eine OP-G-Klasse hast. Okay, ich bin gespannt, wie weit ich kommst. Ich weiß wirklich nicht, wie die ist. Okay, ich bin gespannt, wie weit du fliegst. Let's go. Nein, Bro, Leute. Junge, guck mal, wie weit er fliegt, Junge. Ja, bei der Ba... G-Klassen sind echt gut für den Startsprung, muss man mal ganz kurz gesagt haben. Also, Bro, das ist ein größter Witz, Junge. Ich check nicht, was die mit den G-Klassen gemacht haben, aber die sind unnormal. Ich glaube, das ist ein Karma, weil du eben gecheatet hast mit dem Motorrad. Ja, bleib ganz locker, Amir. So, welches Auto suchst du dir aus? Na, na, na. Schuhe mit den hier, den pinken. Let's go. Das ist dumm. Dumme Entscheidung. Ja, glaub mir, das ist der... Oh mein Gott. Das hier ist der krasseste BMW aller Zeiten. Und ich glaube, damit werde ich sogar über die Karte jumpen. Ich sag's dir ehrlich. Okay. Damit werde ich über die Karte jumpen. Okay. So, Amir, tschüss. So, ich bin jetzt bei... Oh mein Gott, 1000. Aha. Boah, der ist gut. Ich sag, der ist gut. Aber ich hätte ihn besser eingeschätzt. Ich dachte wirklich, der jumpt über die Karte. Weil das ist eigentlich so ein OP-Dings, Leute. Ich hab den voll schlechten Erinnerungen gehabt. Nee, nee. Also, ich bin PD. Ich bin hinter PD, ein bisschen hinter PD. Okay, krass. Also, ja, ist okay. Aber Leute, der fährt so heftig. Der hat so eine krasse Performance hier. Guck mal, wie der fährt. So fährt der. Boah, mein, der wird schlecht fliegen. Das ist der Punkt für dich. Ich erkenne das direkt. Der wird da hinten jetzt gleich landen. Bist du vor dem PD oder hinter dem PD? Nee, nee, nee. Hinter, das ist ein Punkt für dich. Punkt für mich. Okay, Amir. Jetzt kommt das finale Random Vehicle Battle. Und zwar, wir werden jetzt Random Vehicle spawnen. Und wir dürfen fünf Stück spawnen. Und davon dürfst du dir eins... Oh mein Gott. Ja, vorbei. Vorbei. Ich hab das krasseste Auto, Leute. Vorbei. Ich glaub, das ist krasseste Auto. Ich glaube, dieser BMW hier, der könnte es echt überschaffen. Boah, ich hab ein Motorrad, womit ich Backflips machen kann. Ach nee, der hattest du ja gerade gehabt hier, ne? Nee, da haben wir den gerade gehabt. Ich hatte den eben gehabt. War das der? Ja, der war übelst schlecht. Er war übelst schnell, aber der hat keine Maxi... Also, der hat eine gute Beschneunigung, aber keine Maxi... Ja, aber der ist anders getunt gerade von mir. Hey, guck mal, ich hab ein Motorrad für Backflips bekommen. Ach, du machst jetzt auch Backflips, okay. Ja, 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 ich mach Backflips. Ja, okay. Ja, okay, Amir, du fliegst zuerst. Oh mein Gott, mein Motorrad... Oh mein Gott, das lässt ich nicht richtig drauf fahren hier. Ja, siehste. Siehste. So, wir spektaten mal Amir. Amir, äh... Ja. Amir? Ja, was ist los? Bro, was machst du da? Ich mach Backflips, hallo. Amir, du machst den Flyglitch. Nein, ich mach Backflips, mein Freund. So wie du eben. Ey, okay, Amir ist auf jeden Fall echt weit. Also, ich glaube nicht, dass wir das mit unserem Auto schaffen werden. Mit unserem Postmobil. Let's go, ich geb Vollgas. Oh mein Gott, okay, der... Oh mein Gott, der kommt gut. Yo. Yo, meiner fliegt gut, Leute. Ja, okay, ja. Geht. Ja, es geht, Leute. Ey, Bro, ich sag dir ehrlich, das ist so normales Auto. Ich hätte dich abgezogen. Also, ich komm echt gut mit dem Auto, ne? Ey, nein. Ich bin bis hinter die Bank gekommen. Du bist weiter als ich. Nein, Bro, rede nicht. Guck doch. Ich hab den Flyglitch aufgehört zu machen, aber ich dachte, dein Auto wäre schlecht. Du bist... Oh mein Gott. Okay, Amir. Letzte Auto entscheidet. Nein! Das Ding ist halt, ich nehm den grünen Truck. Das ist der neue Truck. Du hast den alten Truck. Ich glaub, aber diese beide Müll. Ich sag dir ehrlich. Ich könnte niemals springen, Alter. Wir können nie im Leben springen, Alter. Oh, der fetzt sich gar nicht. Ja. Hä? Bro. Bei meinem ist das nicht passiert. Oh doch, jetzt passiert es bei meinem. Ja, wie sollen wir damit jumpen, Leute? Hä? Ja, Bro. Hast du gut nachgedacht wieder. Danke, Stani. Junge, man kann doch gar nicht jumpen. Ja, ach. Leute, was ist das denn? Junge. Hä? Mal gucken, wer weiterkommt. Ja, Bro. Ja, Leute. Ich komm weiter. Leute. Ihr seht jetzt die Ergebnisse eingeblendet. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst Like und Abo da. Das war's gewesen. Das war's gewesen. Das war's gewesen. Das war's gewesen.